Diskurse werden häufig durch Sprache transportiert. Um ihre Konstruiertheit zu entschlüsseln, schauen wir den Topos, die Metapher und die Inferenz an. Der Topos, Plural Topoi, ist ein Allgemeinplatz, also ein Erzählmuster, das immer wieder vorkommt, nicht weil es zutrifft, sondern weil wir uns das gerne erzählen lassen. Zum Beispiel lassen wir uns gerne erzählen, dass Probleme von weißen Männern gelöst werden. Nicht durch Expertenwissen und Erfahrung, sondern durch Tatkraft, geistige Überlegenheit und moralische Stärke. Metapher ist griechisch für Transport. Eine Metapher transportiert einen Inhalt durch ein Vorstellungsbild und fügt dabei Zusatzbedeutungen ein. Der Begriff Kuscheljustiz legt zum Beispiel nahe, dass die Strafen tief sind, weil die Justiz Sympathien für Kriminelle hat und das Kriminelle unser Strafsystem mit Genuss verbinden. Die Inferenz ist eine Schlussfolgerung, die mein Gehirn beim Lesen automatisch einfügt. Inferenzen sind also Dinge, die im Text zwischen den Zeilen stehen. Wenn irgendwo er steht, dann wissen wir automatisch, wer gemeint ist. Das ist unproblematisch und erleichtert das Lesen. Manchmal fügt unser Gehirn aber auch problematische Dinge ein, die wir dann nicht hinterfragen. Gängige Inferenzen sind erstens, dass etwas existiert, wenn der Text darüber spricht und zweitens, dass Dinge wichtig sind, die am Anfang genannt werden oder die abgebildet sind. Der folgende Text zum Islam trieft vor Metaphern, Inferenzen und Topoi. In der Enge Europas entstehen Berührungsängste dort, wo Gegensätze aufeinander prallen. Um gegenzusteuern, richten wir den aufgeklärten Blick auf Ursprung und Sinn aller Religionen. An der Oberfläche tritt der Text für eine positive Haltung zum Islam ein. Darunter transportiert er viele Vorurteile und den Topos, dass wir Europäer mit unserem aufgeklärten Intellekt die Sache mal wieder richten müssen.